Auf gute Nachbarschaft! Mein Name ist Jürgen Stiller vom Klostergut Klostereck in Gernsheim. Wir bauen vornehmlich Bären an. Das sind Rimbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Erdbeeren. Der Betrieb hat eine Geschichte von über 800 Jahren. Wir planen, diese weiter fortzuführen mit Innovation, Nachhaltigkeit und einer hohen Produktivität. Was bedeutet Nachbarschaft für mich? Nachbarschaft ist erstmal, dass wir die Produktion vor der Haustür haben. Wir können hier in Hessen sehr, sehr viel selbst produzieren und unser Betrieb ist einer der wichtigen Erzeuger im Bereich Obst und Gemüse in der Rhein-Main-Region.